Damit Willkommen bei Let's Play Pokemon Trades Edition Rhinomise. Wir haben im letzten Part Sarah gefangen. Uns haben einen Relax zur Überrasse geklaut. Den zweiten Arenalater vermöbelt. Was haben wir noch? Wir haben Level 20 und die anderen sind Level 18 und Level 16. Wir regnen im Wald. Der Team überlassen muss ich. Wenn wir es dürfen, würde ich den oberen Weg nehmen. Um die Drenner da oben Platz zu machen. Weil nach Team Plasma ist das schon etwas nerviger. Skook Hill kommt mit Somnino. Marco. Weil Nico immer noch der Starplayer werden wird. Nein, ich kann keinen Antakten. Ich darf nicht so auf die Speed-Taste drücken, weil Knirsch hätte sicher einen Locker-Bot mitgemacht. Gegenwie kämpfen wir jetzt alle erstmal. Dann gucken wir Team Plasma. Dann erst neues Team, dann Team Plasma. ein... Ach, wie heißt das? Flick 9. Hm, komm, Ben. Ben, 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 Ben. Ja. Das macht gar nichts, Horn Tackle. Over one hundred nine. Sarah reicht der 17. Water... 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 Segal, Sarah... It's muted. Ach, ist das nicht immer noch? Warum ist Ben noch... Warum ist Ben noch... Ich müsste eigentlich gucken, auf welchem Level-Niveau ich meine... Ähm... Autsch. Ähm... Mein Team bringen muss für die nächste Arena halt. Uh, noch eins von denen. Uff. Sarah... Ben... Wir haben fast nur Männer im Team. Ben... Ben... Marco... Nico... Äh... Dennis... Nur Männer. Sind wir da rassistisch gegenüber Frauen? Äh... Du trainierst für einen Marathon. Du... Hast auch noch nicht... Du kämpfst. Das ist doch schön. Hm... Ich würde gerne den Vogel eigentlich... Was sind das? Hm... Nee... Denk doch gar nicht erst dran, das zu versuchen. Ja... Komm, Holger... Nicht erst Level... Ach, Ben hat... Ach ja... Ich wollte Ben eigentlich auf, äh... ein Mashup-Niveau bringen. Im letzten Part... Du hast schon geserviert... Noch im letzten Part... Der ist ein Level abgekommen. So wundert es mich, warum ich noch nicht Level 20 bin. Komm, Ben schafft so ne Mieze Katze auch noch. Ich muss bald meine Brille aufsetzen. Ich erkenne fast die Levels irgendwie nicht. Ich habe gedacht, das werden das... Acht... Ein 18er Felicol. Ein Wanderer. Komm! Wie ziemlich ver... Ach... Okay, du wanderst hier nur, dann... Ding... Da können wir noch nicht dran. Lassen wir uns noch heilen. Haben die ersten vier Minuten mit den Trainern hier verbracht. Komm, Doppelkampf noch. Würde ich ungern, ähm... Komm, Ben. Ben braucht unbedingt die Erfahrungspunkte. Gucken erst, bis es ein bisschen angeschwächt ist. Naja, komm. Die Geschwister... Fuck it off. Ja... Porn-Tackle-Bang. Du, Black-Z... Hm... Viermal. Autsch. Web-Sniper. Oh. Zum Glück überrestehalte ein bisschen. Hüpf. Über den Töten mit mehr... Ähm... Leben. Oh... Komm. Sarah, du schaffst das, dich jetzt down zu kriegen. Nee, Furien-Stack kann daneben gehen. Lieber nicht. Überhaupt nur was sicher gehen und erst töten. Blut. Damit ist Sarah Level 18. Und das reicht doch mit trainieren von Sarah schon. Im letzten Part war irgendwie die Speed-Taste schneller. Äh... Heilen. Heile mich mit deinen magischen Händen. Ich würd' sagen... Es soll noch nicht der Part zu Ende sein. Ich will nur die Sarah jetzt nicht vorne haben, sondern... Na komm, Marco. Marco müsste sich auch entwickeln, weil wir bis jetzt noch keine Entwicklung eigentlich in diesem Letzplay hatten. Hm. Die sind schon mal die Zeit nur online eigentlich. Sadier. Danaslaw. What the fuck? Lässt mir viel zu viel Schaden ab. Wahrscheinlich kann ich nicht auch... Ja, das hab ich mir schon gedacht. Ähm, Quanch. Outsch. Oh! Marco, du hast mal was Vernünftiges. Ich hab... Dann halt nicht, dann Nico. Komm, lasst uns kennen. Hey, wir haben gesagt, in diesem Bad fangen wir noch ein neues Teammitglied. Stimmt, ja, genau. Erstmal Raub. Kann ja sein. Ist nicht. Okay. Bei nur einem Pokémon kann man ja Raub einsetzen. Autsch. Oh mein Gott. Hm, komm. Er ist tot. So, alle erst mal auf Level 20 haben. Und... 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 Wir haben... ...eine Affen, ein Wasser-Pokémon. Ja, ich hoffe, dass unser anderer gestorben ist. Kriegen wir denn vom Wasser-Pokémon. Kriegen wir denn vom Wasser-Pokémon. Das ist ein Affen. Äh... Oh... Oh... Stopp! Danke! Ben! Neun Teammitglieder nicht töten! Nichts töten! Ach... Da hat er sein 50 Prozent! Wäre sogar weiblich gewesen, hätte ich jetzt nach ihm benannt. Ich will jetzt keinen Pokémon! Oh! 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 Raub. Kann ja es sein. Halt mich auch gewundert, wenn. Big Road. Eigentlich müsste ich jetzt Sodomac eigentlich leveln. Das Spiel mobbt mich gerade. Ach, das fliege ist schneller als ich jetzt. Hat der Rücken hineingesetzt? Egal, Blut, tot. Jetzt müsste ich eigentlich Sodomac trainieren. Och, toll, jetzt haben wir zwei Pugen, die sich mit dem Stein entwickeln. Oh. Los. Ich. Ich stirb einfach. Ich kriege einen Kack-Solomac. Heile mich. Na, na, das hast du drauf. Kriegst du auch noch ein paar Tier im Spy gebracht. Lass mal gucken, kannst du Raub. Na ja, Raub ist eine super Antacke. Vergiss doch, ähm, dafür das. Ah. Hast du, ähm, hast du, äh, das muss ich sogar noch nach vorne tun. Ach, du wirst mir erst in der vierten Arena nützlich sein. So. Dauert ja noch eine Weile. Mensch, da können wir auch... Es gibt so geile Pokémon. Aber irgendwie Tropi. Das hätte mir sogar in der nächsten Arena geholfen. Ja, gut, aber erst, wenn es nicht weitergeht, hat. Gut, es war eine Weile 5. Karate-Schlag. Auf mit Bodycheck. Stirb. Lass mich zufrieden. Gib mir die Beere einfach. Ich bin früßt, ja. Na, dafür. Äh, das ist super dran. Das ist doch etwas. Sicher kommt jetzt auch noch... Kryppburg. Das Spiel will mich jetzt mummen. Das kommt jetzt mit den ganzen geilen Pokémons an. Das ist frustriert. Das steht blut. Es müsste ja die Schallgruppe gewesen sein, oder? Das geht. ich kann kaum aqua knarre ich kann ich gar nicht drin lassen denn es ist auch etwas angeschlagen ich muss gleich wieder um heilen gehen blut kann man so einen Pokemon fast down machen damit wie viel gefühlt das steht eigentlich auch auf meiner liste gegengift ja kommen wir in Schaub aus dem Busch raus so viele Pokemon die jetzt auf meine siehst du nicht dass ich mit dem Sodamag kämpfe äh ich kenne den Grillmark, Vigimark und Sodamag auch im mh, Zervorfin nicht mal 10 Arena hat es geschafft noch niemand einen nicht verspeedeten Partware dabei also im Kampf oder? weiß ich nicht mehr der Erinnerung schweig Lennart erreicht Level 16 und Watersport von Feuertacken äh sicher nicht ne dich will ich natürlich nicht was bringt das bringt es mir in Wasserpuppen und ein Takenbett und irgendwie Feuertacken schweigen ja gut in der Feuerarena du kannst nicht verspeedeten sein nein du bist ein Rancher ja komm hab nen Grillmark ok Sodamag gegen Sodamag kann ich nicht kämpfen Ben mach du das mal kurz bäh uuuh mach Ron Tackle mach tot alter du sollst töten tot danke ja ich liebe meine Pokémon über alles komm Team Plasma den mach ich jetzt auch noch fertig ich den Wald mach ich jetzt noch durch und sind dann auch mit dem Part fertig wie ich am Anfang gesagt boah irgendwie dieser Part geht einfach nicht rum ich könnte ausfüllen was ich da für ein Pokémon bekommen habe äh denn das würde ich ungern den Kampf schon jetzt schon so angeschlagen ich müsste eigentlich irgendwas zum heilen ihm geben aber ist egal Ben schafft das auch noch Ben hält noch aus und ich spiele mit meinem Ball was man es gehört haben sollte hat man es sicher mein Mikrofon ist fast immer voll uah töten Leonard ich will dich ersetzen ich will ein anderes gut dass du schneller bist als das Viech gibt einige an von Anfangspunkt du bist wahrscheinlich ein Ranger oder? nö wow aber du du nicht der Ball ist kein Ranger aber du aber du 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 bist ein Ranger so die stehen da den ganzen Tag rum und jetzt habe ich einen Fehler gemacht ich habe einen Pokémon schon geschlecht ach hält es schon aus Aquaknalle Einäscherung oh ok wahrscheinlich wieder mit Einäschern kommen ha ha Raub Mensch das geben doch die ihre Pokémon immer Items bis gut boah Niko erreicht Level 20 oh Flammenrad das brauchst du nicht du nutzt Raub auch wenn Raub eigentlich schwächer ist aber hat man gesehen Raub bringt viel sonst müssen wir noch mal gegenüber Relax oder ein Kampf äh da war auch noch ein Grafikfehler und hier müsste eigentlich der letzte Team Klassen auch eine Piss sein richtig jetzt sind wir eigentlich auch schon mit der Regierung gleich fertig nach dem Kampf dann kommt noch ein kleiner Dialog halt bla bla du hast die Welt gerettet Nagelotts dürfte eigentlich mal Mush-Up nichts antun Geduld nooo ach schön Karatschop ähm weg mit dir fliegest du durch den Wald ach komm ich hasse es jetzt zu wechseln ooo es ist doch allein Kamera zutschen hör auf ähm ich hoffe dass mein Pokémon noch Durchbruch lernt müsste aber gucken abweg ach pfff Scheiß auf die Angefeuerlösung du bist noch nicht Pokémon Karatschlag klingt tot mit der Rechte denn ist auch Level 21 er bringt uns eh nichts in der nächsten na gut er kann noch ein bisschen draufgrün bringen was sonst sonst glaube ich nicht dass er irgendwas Sinnvolles noch machen wird gucken in welcher Arena wird er noch praktisch mit Lower King kann er noch in der 2 äh in der 4. Arena praktisch sein wird er in der 6. Arena wahrscheinlich auf der Box gammeln in der in der 7. Arena könnte er mithelfen wird er aber wahrscheinlich auch in der Box gammeln wenn er so lange natürlich überlebt davon müssen wir immer ausgehen wir werden ab der nächsten Route wahrscheinlich gucken wir was wir fangen werden auf der nächsten Route vielleicht wahrscheinlich ähm unser Marko abgeben bin mir hundertprozentig sicher dass wir Marko abgeben aber ich würde ihn gerne noch entwicklen lassen da uns eigentlich keine Drinnerkämpfe mehr erwarten ähm ich will jetzt noch das langweilig und eigentlich das grafikgemachste schönste aber das langweiligste wenn es darum geht es zu überqueren die Himmelsbrücke die will ich jetzt nicht die Speed-Taste drücken will das so langsam gehen oder eher so ich würde ja noch Bildkraft drücken weil da wir ja einigermaßen Freunden noch an diesem Tag ankommen wollen wie Puh haha ich hab runter gespuckt damit sind wir auch in Castellia City ich kenne den deutschen Namen jetzt nicht angekommen und ich würde sagen wir werden sie in dem nächsten Part erkunden also seid gespannt halt wenn nicht halt nicht und sehen uns bis dahin bei der nächsten Folge von Pokemon Schwarze Edition Renomars bis dahin tschüss